Hallo liebe Fans, liebe Freunde, liebe Follower. Ja, ich habe mich gewagt. Ich habe den Frauentausch mitgemacht. Zusammen mit meiner besseren Hälfte Stefan und meiner besten Freundin, der grandiosen Mia, haben wir das Ganze gerockt. Ihr werdet spannende, aufregende Augenblicke, Einblicke in mein Leben haben. Und ihr werdet mich sehen, wie ich mich schlage mit vier kleinen Kindern, wo ich quasi zum Tauschprinz oder zur Tauschmama wurde. Ja, es gab sehr schöne Momente, aber auch nicht ganz so schöne. Mit dem Tauschwater war nicht immer gut Kirschen essen. Es war schon eine aufregende Zeit. Ja, was genau alles ablief, wie viel Spaß und Unspaß ich hatte. Das seht ihr auf RTL 2 um 21.15 Uhr an diesem Donnerstag. Schaltet ein.